Immer unten sitzen, das wird übertrieben. Bleib doch mal in der Saal, aber ich springe über dich rüber. Okay, das wird jetzt echt richtig epic. Und zack, Junge. Der war richtig gut. Ja, man. Richtig gut, Anna. Ja. Das ist der erste Schuss. Alter. Warum läufst du mir da rein? Willst du, dass das noch länger dauert hier? Okay, nein, ich höre jetzt auf. Jetzt müssen wir echt ernst machen. Gott, das war... Jetzt streich nicht an. Mein Gott, ey, wir sind hier nicht auf Spaß und guck mal, über dich das in Ruhe. Nee, die darfst du nicht looten. Nein, du machst das dann. Ja, weil du bist ja schon... Toll, aber du stirbst von der... Okay, wir haben es so wie. Ich bin auch gestorben und haben nichts mehr. Okay. Ah, mein Gott, ey. Es sei denn, das ist jetzt irgendwie... Da sind jetzt irgendwie so... Zehn Stück Erde drin, mit der ich mich rüberbauen darf. Über dir, über dir, über dir, über dir! Über dir! Über dir! Was steht da oben? Die ist leer. Ähm, da steht... Star... Wave... Achso, da soll man die Sachen reinschauen. Ja, was bringt das sonst? Ja, du gehst dann bestimmt da drüber und dann ist da eine Kiste im Boden. Und hier ist die Kiste halt in der Decke. Äh, nee, nicht im... Wir haben die Kekse verloren. Das ist sehr fies. Du hast die Kekse verloren. Ich trinke mal kurz was. Warte, ich mach kurz, ähm, hier, das Mikro aus. Okay, jetzt muss ich es langsam aber wirklich mal schaffen. Okay, wobei, wenn man sich das hier anguckt, wie weit das noch geht... Das ist ganz schön unwahrscheinlich. Ich hoffe, man hat das gerade nicht auf der Kamera gesehen, was ich gemacht hab. Ach, komm. Leute. Hallo. Hallo. Hi. Warst du gerade weg, oder wie? Nein, ich hab was getrunken. Achso. Und hab dafür das Mikro ausgemacht. Diesen Sprung hier schaff ich nie. Den hab ich auch. Oh. Jetzt komm. Rennen und dann an der Ecke springen. Und jetzt... Achtung, warte, warte. Ich will jetzt echt, dass du schaffst. Jetzt spring nicht, so wie du denkst, sondern du musst etwas... Ähm, übel... Ja. Ja, so nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Du musst doch mal was schaffen. Man, ich kann halt keine Jumpmaps. Ja, dann musst du's lernen. Selbst Hardi-Contest, glaub ich, nicht mal. Und hast doch gesagt, du bist so ein richtiger Hardi-Fan. Weißt du, ich bin auch... Okay, ich bin nicht wirklich Fußball-Fan, aber... Wenn ich Fußball-Fan wäre, heißt das ja nicht, dass ich Fußball spielen kann. Naja. Muss es ja auch nicht gleich heißen. Oh, kannst du mich nicht schlagen? Danke, ey. Das wäre der Lauf wieder gewesen, wo ich's geschafft hätte. Stimmt, scheiße. Ah, sorry. Ich bin dafür, dass du kurz die Aufnahme anhältst. Und dann machen wir so einen Cut. Und dann hab ich's aus Versehen geschafft, irgendwie, so weißt du. Ja, aus Versehen. Du hast... Und sagen wir, leider gab's einen Aufnahmefehler. Ja, genau. Und dabei konnten wir das irgendwie nicht auf einem Band festhalten. Ja. Am besten gehst du, dann kletterst du gerade, indem ich aufnehme, die Leiter nach oben, damit es so aussehen würde, als hättest du's wirklich geschafft. Und dann sag ich, ah, scheiße, ich hab... Wir fangen mitten am Satz an. Ja, genau. Ja, genau. So. Ja. Er kommt zurück. Du redest irgendwas und dann sag ich so, oh shit, mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Aufnahme aus Versehen beendet hatte. Alter, gerade leckt's aber auch richtig hart. Ja, weil mir hat's auch geleckt. Also, von welchem Lecken redest du gerade? Na, ruckeln. Achso. Oh, ja. Also, ähm, ich lass da mal die Aufnahme bis, äh, morgen laufen, ne? Und dann sehen wir uns morgen, ne? Ist du jetzt AFK? Nein. Achso, ich weiß schon, was du dann gemacht hättest. Schade. Warum schade? Ja. Das ist blöd, dass wenn man den Game-Mode ändert, dass das dann da im Chat steht. Weißt du? Ja. Sonst könnte ich mich einfach jetzt unauffällig hier durchbewegen. Oh Gott, lol. Oha. Lol, ist das geplant? Ach, Moment, ich spoilere ja so. Sollte ich nicht machen. Ne, mach ruhig. Also, ich mein... Nein, ich spoilere, was als nächstes kommt da durch. Ja, mach doch. Ich mein, geh doch schon vor. Nein, ist doch dann blöd. Mann, ich brauch ja aber noch tausend Jahre, bis ich das irgendwann mal schaffe. Schau mir zu, dann lerne was, oh, Leute. Ich hab von dir gelernt, in Lava zu springen. Hm. Ich verstehe auch nicht, warum du immer wieder versuchst, in der Lava zu schwimmen. Steht ja unten. Nixter 111, try to swim in Lava. Warum versuchst du es immer? Du weißt doch, dass es nicht gut ist für dich. Ich betreibe da Feldforschung auf dem Gebiet des Extremschwimmens. Oh, Mann. Wenigstens gibst du nicht auf. Wahrscheinlich hast du es schon aufgegeben und verscheißt deshalb was. Ich würde niemals aufgeben, ja? Niemals würde ich auf die Idee kommen, das zu machen. Okay, das war so klar. Ich hab jetzt echt noch nix geschafft. Noch nichts in dieser Map. Lol, was? Hey, das ist unfair. Komm schon. Jetzt hab ich dich wenigstens geportet. Ja, wohin? Ja, hierher. Okay. Schau mal, wie... Alter. Genau, das hab ich vergessen. Achtung, wenn du jetzt runter... Lol. Lol, warum hab ich grad Damage gekriegt? Weiß ich nicht. Aber geh hier pennen lieber. Wo? Hier, hinter dir. Ah, okay. Bist du jetzt wieder OP? Ja, ne? Äh, weiß ich nicht, warte. Jo. Oder wie bei Pete's Meat, die das gemacht haben. So eiskalt. Auf den das geht. Ich bin doch der Server-Admin. Geht das? Bist du immer noch OP? Ich weiß nicht. Was kann ich als... Slash GIF... Nix da... 1, 1, 1... 1... 64. Lol, das geht echt nicht. Hm. Das wollten sie mal bei Pete's Meat machen, wenn Hadi... Ich hab ihm das sogar bei Formstream geschrieben, er soll das machen. Aber ich dachte, der Admin kann das immer noch machen, aber geht anscheinend wirklich nicht. Was wollte ich machen? Ach ja, Set. Ja, warum kannst du nicht pennen? Nein. Leute, ich bin... Oh, scheiße, ich bin immer noch Game-Mode. Im Game-Mode. Ey, Leute, ich gebe irgendwie immer Damage-Mode ein. So. Alter. Leute. Wohin ist denn endlich Nein? Slash Time. Warte, geh nicht in das Bett. Ich glaube, ich... Ich weiß nicht, in welchem... Bei mir wird aber auch nicht eingezeigt, dass du gerade was eingegeben hast. Warte, ich mach mal was. So. Jetztart. Geh nicht pennen. Jetztart. Mann, Gott, ey. Warst du schlafen? Gott. Ich würde dir empfehlen, hier nicht runterzufliegen, aber das ist eigentlich auch egal. Geil. Genau das Loch meinte ich, da nicht runterzufliegen. Darf man es sonst zerstören? Nein, oder? Äh, hallo, ich weiß nicht, wo du gerade hin... Äh, ich glaube, hier muss man jumpen, oder? Kann das sein? Hat du was? Hier, schau, hier kann man jumpen. Ah. Und da ist eine Truhe. Wie komme ich an die ran? Gar nicht. Hm, komisch. Äh, da lang? Da lang? Oh, lol. Hier lang. Hä? ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020